eine freundlich kommen was was haben wir jetzt eigentlich noch zu tun nicht mehr zu viel Schaufelwerfer wie lebt man denn die wie lebt man denn die dann gibt es einen Schalldämpfer wie lebt 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 wie wie lebt wie lebt wie lebt wie lebt wie lebt Na ja, das macht ein Kupfer. Uwe, mit der Monizion. Die haben wir ja von denen vermutlich noch bekommen. Jaha, hehehe. Ich küsse. Ah, die Schreine! Ach, wollen wir da einfach wieder was zum Fliegen? Aber das kriegen wir doch! Das kriegen wir eh dort! Und der! So, jetzt sind wir wirklich leise unterwegs. Und die Waffe mit Scheinepfer. So, jetzt sind wir die Waffe mit Scheinepfer. So, wir schieben gerade in diese Richtung, die fliegen. Ich denke, dass die Niveau hier im Wurzegangen ist. Ich denke, dass die Niveau hier im Wurzegangen ist. Hmm, okay, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist wohl auch nichts Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wieder gesucht, wieder nichts gefunden. Hier ist natürlich kein Schein. Hier ist ein 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 Schein. Alles klar, Zong ist die, die man nicht töten kann, das ist natürlich ganz großartig, vor allem die anderen, die überhaupt keine Waffen haben, also genial, ja, warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen. Wenn man diese Kartik macht, sondern das Sieg, bitte nochmal dran arbeiten, das kann gar nichts so. Die wohl noch etwas zu neu. Das ist ein D-d-d. Das ist ein D-d. Oh, ich habe noch ein Stil. als das letzte Nase aus seiner Art ausgestorben ist. Klar hast du das. Scheiße, kurz auf! Jetzt geht's los! Ich höre nichts! Yo, da wird gleich noch verloren. Der Schulter weg! Das ist schau deiner nicht um oder mit dem ihr verraten könnt! Halt auf! Halt auf! Mann! Jetzt wird die Scheiße ernst! Wo sind sie? Ha! Hier! Ja! 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 Was ist das? Wir haben kaum noch Leute. Geh weg da. Wahnsinn. Geh weg! Ja, baby! Geh weg! 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 Und das sind die Fertigungen und ein Paar ist auch schon überzogen. Na gut, Freunde, das war's für diesen Tag. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!